Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der bekannte Berliner Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Josef Thoma hat ein neues Video angefertigt und erfordert darin einen neuen Nürnberger Prozess und erfordert die Einführung eines neuen Straftatbestandes, nämlich Verbrechen gegen die Menschenwürde. Und seine Anklageliste ist lange. Ich kann sie hier gar nicht verlesen. Sie kennen die wichtigsten Punkte aus der Corona-Politik und vielem, was wir auch hier im Kanal kritisiert haben. Aber seine Bilanz, die würde man uns an dieser Stelle garantiert löschen. Deswegen nur der Hinweis, der Link, Sie wissen schon.